Ich freue mich, dass der Grundstein für das Hausaufwand gelegt wird, in dem die Anhänger der drei abrahamitischen Religionen beten werden. In der modernen Welt, in der die Menschen aufgrund ihrer Religion immer noch entfremdet sind und in Konfrontation leben, möchte ich dem Hausaufwand wünschen, eine Oase des Friedens zu sein. In der Juden, Christen und Muslime ihre Erfahrungen im Dienst an Gott und an den Menschen im Geiste des Friedens und der Versöhnung teilen werden.